Wir fahren jetzt zum Schloss Neuschwanstein, voll toll und so, wird voll super und ja, bis dann. Frau Transamati, freuen Sie sich schon auf Schloss Neuschwanstein? Ja, ich freue mich ganz toll. Groß neues Jahr, übrigens. Wann auch immer ihr dieses Video sehen. Okay, geil. Freust du dich auch schon auf Schloss Neuschwanstein? Ja, ganz toll. So, wir gehen jetzt zum Schloss Neuschwanstein hoch und ja, ich bin gespannt. So, alle, wir sind jetzt hier in Schloss Neuschwanstein oben angekommen, nach stundenlang hochladen, in der Kälte und Schnee ist auf uns herabgeprasselt wie ein Actionfilm. Im Hintergrund ist die Liebe. Hier ist ganz genau geschehen. Fotobomb Tasmani. Jedermal. So, ja, und jetzt waren wir oben, jetzt ist, ja, gut. Das war's, wir gehen runter. Das war's, ja, das ist schön. So, kommen Sie mal her, kommen Sie mal her, ihr zwei. Hallo, hallo. Hey, hallo. Schön. Jetzt gehen wir das Haffi kriegen. So, first, let me take a selfie. Was, ich hab nur geguckt. Ich filme nur in die Gegend. Ja, ja, klar. So, wie are Sie es? Ach so, ich bin. Oh, cool. So Leute, herzlich willkommen bei MTV Crips, mein Name ist Kitty Erdbeer und ja, das ist meine kleine bescheidene Hütte und meine Mütze, der Schnee, Riesel, Terrap, Gottes Schuppen oder so und ja, die Tour gibt es von anders bei 50.000 Daumen nach oben, also Däumchen nach oben, favorisieren, Abo, Abo, weil ich wunderschöne Landschaft hier einfach nur ist. Hey ihr zwei. Hey, wunderschöne Landschaften. Ja, wunderschöne Menschen. Stell dich mal da hin und guck in die Ferne. So voll zum Glück gar nicht, gar nicht gestellt. Ja, es ist wirklich sehr schön. Es ist schön. Ich glaube, warte, ich kann ja eigentlich, eigentlich, eigentlich kann ich so toll die Kamera rausklappen. Ja, schön.